Grüße herzlich Marita Wagner wieder in Aachen, die gemeinsam den nächsten Vortrag mit mir moderieren wird, und Prof. Dr. Rensikowski in Rottenburg-Stuttgart. Ja, einen schönen guten Morgen, auch aus Aachen, und willkommen zurück, auch von meiner Seite. Ich habe das große Vergnügen, jetzt Herrn Prof. Dr. Joachim Rensikowski anzumoderieren. Herzlich willkommen, Herr Prof. Rensikowski, in unserer Runde. Herr Prof. Rensikowski hat Rechtswissenschaften an der Universität in Erlangen studiert und dort auch sein erstes und zweites juristisches Staatsexamen abgelegt. Promoviert und habilitiert hat er sich dann an der Universität in Tübingen. Und seit 1998 hält er die Professur für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität in Halle-Wittenberg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört unter anderem das Sexualstrafrecht, aber auch der Menschenhandel. Und ich bin sehr froh, Herr Prof. Rensikowski, dass Sie heute bei uns sind, nachdem wir gestern ja auch schon sehr stark auf kirchenrechtliche Aspekte geschaut haben. Ich bin mir sicher, dass Sie jetzt noch einmal die staatliche Rechtsperspektive sehr gut einbringen werden. Und ich überreiche Ihnen daher mit Freude das Wort. Ja, vielen Dank. Grüß Gott allerseits. Ja, ich hoffe, ich werde die Erwartungen einigermaßen erfüllen. Ich habe mir mein Thema jetzt etwas bescheidener zurecht gestrickt. Also wie heißt es hier? Rechtspolitische Beurteilung, Schlussfolgerung, staatlichen Recht ist ja sehr groß. Ich werde mich im Wesentlichen auf das Strafrecht beschränken und von da aus ein bisschen Ausblicke geben. Ich habe noch ein paar Vorbemerkungen. Meine Vorredner gestern, die hatten alle Präsentationen und so habe ich leider nicht anzubieten. Hängt auch damit zusammen, dass ich gestern Abend noch mal richtig in meinen Vortrag reingegangen bin. Denn für mich ist das ganze Thema völlig neu. Als der Herr Arnold mich gefragt hat, was ich da machen könnte, dachte ich, ja, okay, Missbrauch kenne ich. Ich hole irgendeins von meinen Manuskripten raus, war aber nicht der Fall. Es geht ja offensichtlich doch um was anderes und das habe ich gestern erst erfahren. Und deswegen habe ich auch keine Präsentation, auch keinen fertigen Text. Aber ich hoffe, ich bin viel, viel kürzer, dass das gar nicht auffällt. Zweite Vorbemerkung, die ist mir wichtig. Die Sprache des Rechts ist sehr technisch. Und ich hoffe, dass ich mit dieser technischen Sprache niemanden verletze oder triggere, weil sie ist vielleicht dem, worüber gestern gesprochen worden ist, nicht in jeder Hinsicht angemessen. Und aus meinen Ausführungen folgt keineswegs, dass irgendeinem Betroffenen kein Unrecht geschehen ist, sondern es folgt allenfalls, dass eben sich das Strafrecht oder das Recht darum nicht kümmert. Aber man muss das also, denke ich, deutlich unterscheiden. Und da bin ich schon gleich bei meiner ersten These, die ich etwas provokant formulieren will, weil eigentlich mein Vortrag auch meine Begegnung mit diesem Thema so ein bisschen zeigt. Der geistliche Missbrauch ist kein Thema für das Strafrecht. Ich habe im Internet mir einige Definitionen angeschaut, die man so googeln kann, wenn man geistlicher Missbrauch angibt. Und die lese ich mal vor und dann sieht man eigentlich ganz schnell, warum es grundsätzlich kein Thema für das Recht ist. Zum Beispiel habe ich gelesen, geistlicher Missbrauch ist die Verletzung des spirituellen Selbstbestimmungsrechts. Oder geistlicher Missbrauch ist der falsche Umgang mit einem Menschen, der Hilfe, Unterstützung oder geistliche Stärkung braucht, mit dem Ergebnis, dass dieser betreffende Mensch in seinem geistlichen Leben geschwächt und behindert wird. Oder geistlicher Missbrauch beginnt deshalb dort, wo jemand einen Menschen, der von ihm Wegweisung erwartet, stattdessen mithilfe biblischer Aussagen, theologischer Inhalte oder spiritueller Praktiken manipuliert und unter Druck setzt. Anders als der körperliche Missbrauch, den man meist an den entsprechenden Wunden erkennen kann, hinterlässt der geistliche Missbrauch psychische Wunden tief in der menschlichen Seele. Und diese Definitionen zeigen eigentlich sehr gut, warum der geistliche Missbrauch kein Thema für das Recht ist. Fangen wir an mit der Verfassung, mit dem Grundgesetz, fängt jeder Jurist immer an. In Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz steht drin, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Und daraus folgt, dass die innere Überzeugung auch die Spiritualität eines Menschen, den Staat oder das Recht nichts angehen. Der weltanschaulich neutrale Staat darf sich auch in keiner Weise verbindlich zu den Inhalten irgendwelcher Glaubensüberzeugungen äußern. Und die Fähigkeit zu glauben, die durch den geistlichen Missbrauch beeinträchtigt sein kann, erfordert eine Stellungnahme eben zu den Inhalten dieses Glaubens. Und die ist dem Recht und dem staatlichen Recht verboten. Das staatliche Recht kümmert sich nur um das äußere Mein und Dein. Das ist mein Geld, das ist dein Anzug, das ist mein Leben, das ist dein Auto und der ganze Rest hat das staatliche Recht zunächst mal nicht zu interessieren. Es gibt zwar eine Grenze der Religionsfreiheit, da wo die Grundrechte anderer oder die Verfassungsordnung selbst gefährdet werden, aber auch das sind keine inneren Positionen, keine Glaubensüberzeugungen, sondern Rechtspositionen, dein Auto, mein Haus und so weiter. Das ist die Botschaft sozusagen auf der Ebene der Verfassung. Auf der Ebene des Strafrechts könnte man zunächst mal denken, wenn ich höre, ein geistiger Missbrauch kann zu Traumatast führen. Wie ist das denn mit der Körperverletzung? Ist das nicht eine Straftat? Hier zitiere ich § 223 Absatz 1 des Strafgesetzbuches. Da steht drin, wer einen anderen körperlich misshandelt oder an der Gesundheit beschädigt, wird bestraft. Und daraus folgt, dass die psychische Gesundheit auch grundsätzlich kein Thema für das Recht ist. Das geschützte Rechtsgut der Körperverletzungsdelikte ist die körperliche Unversehrtheit. Seelische Verletzungen und nicht bestbare körperliche Schäden bleiben außer Betracht. Psychische Beeinträchtigungen sind erst dann relevant, wenn sie sich in einer körperlichen Reaktion dokumentieren. Also man spricht von einem somatischen Krankheitsbegriff. Das heißt, wenn jemand nicht mehr schlafen kann und deswegen krank wird oder sowas in der Art. Und der Schutz der seelischen Entwicklung ist ausnahmsweise nur in § 225 StGB geregelt. Das ist die Vorschrift, die betrifft den Schutz von Minderjährigen oder wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlosenden Personen. Aber die klassischen Körperverletzungsdelikte fallen da nicht runter und man kann sich fragen, warum ist das so? Zunächst mal kann man sagen, das haben wir eigentlich schon immer so gemacht. Das ist kein großes Argument, aber dahinter steht wahrscheinlich die Vorstellung, dass es viel einfacher ist, eine körperliche Versehrtheit, eine Wunde, da blutet jemand, da fehlt ein Zahn, da ist ein blaues Auge geschlagen, nachzuweisen als diese seelischen Verletzungen. Weil seelische Verletzungen würde immer bedeuten, ich müsste sagen, das ist normal, das ist nicht normal. Haben wir so eine klare Definition, wie die seelische Ausstattung eines Menschen ausschauen muss, dass ich sagen kann, hier habe ich eine Abweichung, führt es nicht unter Umständen dazu, dass ich sagen muss, okay, ich muss mir überlegen, was macht ein gutes Leben aus? Im Unterschied zu einem schlechten, darf sich der Staat dazu überhaupt äußern? Ich denke, das sind alles Gründe, warum das Recht sich hier sehr zurückhält. Das war der erste Punkt, als ich in Berührung mit dem Thema kam. Ich muss sagen, ein bisschen drastisch könnte man sagen, wovon reden die überhaupt? Als Jurist, keine Ahnung, sagt mir nichts. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass man da doch weitergucken kann und auch muss. Das Strafrecht nämlich interessiert sich für den geistigen Missbrauch mittelbar. Das heißt, im Hinblick auf seine Folgen für das Opfer oder für andere Rechtsgüter. Und ich möchte anfangen mit den Auswirkungen für das Opfer mit einem etwas Schreckenfall, der aber tatsächlich die Rechtsprechung befasst hat und vielleicht zeigt, was so der Witz von so einem oder die Pointe von so einem geistlichen Missbrauch oder geistigen Missbrauch im Hinblick auf Schädigungen des Opfers sein kann. Das ist der berühmte Sirius-Fall vom Bundesgerichtshof in den amtlichen Sammlungen, Band 32, Seite 28. Ich glaube, über Sirius-Falle kann man sogar googeln. Der A also gab sich gegenüber der gutgläubigen B als Abgesandter vom Sirius aus. Und auf diesem Himmelskörper warte angeblich auf die B ein neuer Leib. Übrigens hat sich im Gerichtsverfahren herausgestellt, dass die B kirchlich gebunden war. Also merkwürdig. Und er hat jedenfalls die A dazu, die B dazu gebracht, dass sie auf seinen Namen eine Lebensversicherung abgeschlossen hat. Und dann hat er ja weisgemacht, dass sie ihre irdische Existenz ablegen müsse. Und dazu solle sie sich in ein Hotelzimmer in Genf begeben und sich in die vollgelaufene Badewanne setzen und einen eingeschalteten Elektrofön in das Badewasser fallen lassen. Und das hat die B auch alles so gemacht. Nur hat es eben halt zum Glück nicht geklappt. Und die B hat überlebt und ist dann auf die ganze Sache gekommen, als nämlich das Telefon schellte. Und der A wollte überprüfen, ob er mit seinem üblen Plan also Erfolg hatte. Und da meldete sich die B und damit war natürlich das dann aufgeflogen. Und jetzt ist die Frage gewesen, hat sich der A strafe gemacht wegen eines Tötungsdelikts? Denn die Teilnahme am Selbstmord ist in Deutschland seit jeher straflos. Und hier könnte man aber sagen, naja, wenn der Selbstmordversuch nicht frei verantwortlich war, dann habe ich keine Teilnahme, sondern eine täterschaftliche Fremdtötung. Und damit habe ich den ersten Anhaltspunkt für Schädigungen am Opfer. Es geht immer darum, wenn das Opfer irgendetwas tut, handelt es noch frei verantwortlich oder nicht? Kann ich sagen, die Manipulation, die Einwirkung auf das Opfer, heben seine Verantwortung auf. Will ich jetzt nur mal als Problembeschreibung so stehen lassen. Zweiter großer Komplex, der gestern auch angesprochen worden ist, ist natürlich der sexuelle Missbrauch. Und da muss man aber ein bisschen genauer hingucken und man sieht, dass hier der Strafrechtsschutz doch relativ eingeschränkt ist. Über Kinder brauchen wir nicht zu reden. Bei der Altersgruppe von 14 bis 18 Jahren habe ich den sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen. Und da habe ich tatsächlich eine Norm, die praktisch so klingt, als sei sie auf den geistlichen Missbrauch zugeschnitten. Da steht nämlich in 174 drin, wenn der Täter, wenn dem Täter der Minderjährige, die Minderjährige Person anvertraut ist zur Betreuung in der Lebensführung und der Täter genau dieses Betreuungsverhältnis für einen Sexualkontakt missbraucht. Aber das betrifft eben, und das kann natürlich ein Seelsorger, ein Jugendgruppenleiter, sowas sein, aber nicht bei einem einmaligen Kontakt oder einer kurzen, was weiß ich, Fahrt in Jugendlager oder sowas, mit dem das sonst nichts zu tun hat. Und das betrifft aber nur Minderjährige. Wenn ich jetzt an erwachsene Personen denke, da habe ich eine andere Norm, die aber eigentlich nicht so recht passt. Das ist 174c. Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- und Betreuungsverhältnisses setzt aber voraus, dass es Opfer an einer seelischen, kann auch eingebildet sein, Krankheit oder Behinderung leidet. Die Frage, wie kann ich ein gutes Leben führen als solches, ist dafür noch kein entsprechendes Thema. Auch hier sagt man, also das ist ein Zitat aus einem sehr renommierten Kommentar, und das ist nicht der meinige, auch Seelsorger können als Täter in Betracht kommen, wenn sie im Rahmen einer sogenannten geistlichen Begleitung eine alle Lebensbereiche umfassende Betreuung übernommen haben. Und ich kann mir jetzt vorstellen, ein Fall, wo jemand vielleicht irgendwie mit Traumata zu tun hat und sich dann auch an einen Geistlichen wendet oder eben an so eine geistliche Begleitung und das geht dann auf die Art und Weise schief. Dann fiel mir noch was anderes ein, wo ich allerdings in der Literatur nichts dazu gefunden habe, aber das würde mir plausibel erscheinen. Wir haben durch die Reform des Paragraphen 177, der jetzt sexueller Übergriff heißt, eine Alternative. Das sind dann Sexualkontakte mit einer anderen Person auch dann strafbar, wenn der Täter eine Lage ausnutzt, in der dem Opfer bei Widerstand ein empfindliches Übel droht, wobei Widerstand bedeutet eigentlich wieder Wille. Oder der Täter die Person zur Vorname oder Duldung der sexuellen Handlung durch Drohung mit einem empfindlichen Übel genötigt hat. Und hier könnte ich mir vorstellen, wenn jemand sagt, wenn du das nicht machst, dann wendet sich Gott von dir ab oder du wirst in der Hölle braten oder irgendwie sowas, dass das für jemanden, der tiefgläubig ist, tatsächlich ein empfindliches Übel ist. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber Fälle dazu habe ich überhaupt keine gefunden. Dann habe ich einen weiteren Bereich, in dem man sagen kann, Schädigungen des Opfers sind verboten. Der betrifft die sexuelle Orientierung. Seit diesem Jahr sind Konversionsbehandlungen bei Minderjährigen betroffen. Und bei Erwachsenen, wenn die Einwilligung nicht mangelfrei ist. Aber das ist eigentlich auch kein typischer Bereich eines geistigen Missbrauchs. Die Einwilligung ist da nicht mangelfrei, wenn ich die nicht vollständig über sämtliche Risiken der Konversionsbehandlung aufgeklärt habe. Aber wenn ich ihr irgendwie, was weiß ich, wenn ich sie mit pseudoreligiösen Erwägungen dazu bringe, das wird man wohl nicht ausreichen lassen. Dann fallen mir noch weitere Fälle ein. Nötigung, Erpressung. Gestern hat jemand den Begriff systemische Gewalt gebracht. Den kann ich in der Psychiatrie verwenden, aber für das Recht ist dieser Begriff untauglich. Also auch das wären ganz krasse Ausnahmefälle. Ich kann mir noch vorstellen, dass jemand sich am Vermögen schädigt. Das könnte ein Betrug sein. Aber ich kenne auch keinen Fall, in dem zum Beispiel jemand, der der Scientology, also viel Geld geschenkt hat, das wieder zurückgekriegt hätte. Das ist höchstens dann möglich, wenn derjenige, der einem das Geld aus der Tasche zieht, das für eigene Zwecke verwendet und nicht für die, die er vorgespiegelt hat. Das sind also die Fälle, wo sich solche Taten auf eigene Interessen, eigene Rechtsgüter des Opfers auswirken. Es kann aber auch zu Auswirkungen auf Rechtsgüter Dritter oder anderer rechtlich geschützte Interessen kommen. Und hier habe ich jetzt wieder einen Klassiker bei uns, den sogenannten Katzenkönig-Fall. Wer das herausfinden will, 35. Band, Seite 347 in der amtlichen Sammlung des Bundesgerichtshofs. Der A redete dem einfälligen B ein, der Katzenkönig, das sei so ein Monster-Dämon-Gott, bedrohe die Welt und sei nur durch ein Menschenopfer zu besänftigen. Und hat den B dann dazu gebracht, dass er einen Mordanschlag in dem Glauben ausführt, die Menschheit zu retten. Der B war übrigens Polizeibeamter. Also das zeigt, dass jeder manipulierbar ist. Das hatten wir gestern auch schon. Und hier kommt in Betracht, dass man den A als Mittelbahntäter eines Tötungsdelikts auffasst, aber nur, wenn der B ein Zurechnungsdefizit hat, also wieder nicht vollverantwortlich handelt. Und damit sind wir wieder bei dem Thema, was ist mit der Vollverantwortlichkeit. Es gibt hier noch eine Weiterung, auf die man nicht weiter eingehen muss. Weil die nicht so interessant ist, finde ich, Anstiftung ist natürlich auch möglich, wenn ich Leute erstmal gut manipulieren kann. Wenn man jetzt also das versucht zusammenzufassen, könnte man sagen, rechtlich relevant ist geistiger Missbrauch dann, wenn der Täter das Opfer auf eine Weise manipuliert, dass es Handlungen zustimmt oder sie selbst vornimmt, die nicht in seinem ureigenen Interesse liegen oder die Interessen anderer verletzen. Abgesehen von Anstiftung mal. Die Voraussetzung hier ist aber immer, dass die fragliche Handlung dem Opfer selbst nicht als eigenverantwortlich zugerechnet werden kann. Und hierzu gibt es verschiedene normative Kriterien, nämlich die Willensbildung kann irrelevant sein. Das ist vor allem relevant bei Minderjährigkeit, bei Unzurechnungsfähigkeit, bei Geschäftsunfähigkeit. Da käme ich jetzt ins Zivilrecht, dann wäre ein Vertrag nicht wirksam. Oder bei bestimmten besonderen Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen, die das Gesetz expressis verbis nennt. Und da habe ich nur den Missbrauch in der Psychiatrie letztlich und keine anderen Fälle. Und jetzt sieht man sofort, dass es sehr zweischneidig ist, hier auf das Recht zu bauen und zu warten. Denn die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn ich jetzt jemanden habe, eine Person, die sexuell missbraucht worden ist oder irgendwie was Schlimmes erlebt hat, mache ich die nicht ein zweites Mal zum Opfer, wenn ich ihr die Eigenverantwortlichkeit abspreche? Also ganz drastisch, ich sage dann, dir ist das und das passiert, weil du halt ein bisschen blöd bist. Und die Betroffenen von solchen Handlungen machen sich sowieso schon Selbstvorwürfe. Wie konnte mir so etwas passieren? Warum konnte ich mich darauf nur einlassen? Wie konnte ich darauf reinfallen? Und dann sage ich als Jurist, bist halt blöd. Und das ist also sehr problematisch. Ich möchte zum Schluss noch was anderes sagen. Ja, gestern hat Herr Klug vorgeschlagen, der geistige Missbrauch sollte juristisch definiert werden. Also ich denke, wenn man da welche zu Hilfe nehmen möchte, dann sind es Kirchenrechtler bestimmt. Vielleicht auch können Psychowissenschaftler zum Problem der Autonomie etwas beitragen. Aber so Juristen wie meine Zunft sind jedenfalls nicht als Rechtswissenschaftler, als Leute, die allgemein an wissenschaftlichen Fragen und Begriffsklärungen interessiert sind, schon zu gebrauchen, aber als Rechtswissenschaftler nicht. Weil die Spiritualität nochmal ist eben aus guten Gründen kein Recht. specific F Eigenschaftler Ja, nachdem wir hiermit. Ja. 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 Ja.